und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zum team of the season ja funktioniert alles ein bisschen anders dieses jahr schauen wir uns alle an nochmal vielen dank alle die heute meinem livestream vier stunden haben wir uns alles durch und durch angeschaut deswegen jetzt hier das team of the season in woche eins von drei wir hatten gerechnet dass wieder young guns europa und dann nordamerika kommt hat uns komplett um den haufen überwischt haben die das erste team of the season mit connor hellebach im tor die verteidiger mal coolen us und kei makar und im sturm haben wir nikita kucherov connor mcdavid und nathan mckinnon das ist unser unser erstes team of the season schauen wir uns erst die karten an schauen wir die weiteren karten und dann alle wege immer dran kommt los geht's fangen wir mal ganz kurz noch mal wie das ganze funktionieren also wir haben jetzt lauter karten bekommen die wie die team of the team of the year ebenfalls steigen sobald die nächste team of the week prime time ist einmal live moment heißt jetzt starte man sobald eine höhere karte rauskommt steigt diese karte anders wie die x-faktor die man mit power collectors upgraden muss steigt diese karte dann direkt auf den nächsten höheren wert und so beginnen wir im tor mit dem finanziger kroner hellebach von den pack jets 1 93 groß 98 kilo er bringt jede synergie mit der platz dreimal sei es der menscheverteidiger vollstrecker verteidiger tubeangreifer oder power forward dazu tempo boost defensiv boost beschleuniger boost oder flinke nervös boost und spielerbohr boost schussboost und checking boost gut sind nicht alle synergie mit dabei aber die meister jeweils dreifach super starfähigkeit aber leichte arbeit extra polster post zum forsten schmeldingseffekt no timer und den golden showstopper ich glaube ich wäre hier beim golden showstopper eventuell bei schmeldingseffekt vielleicht kann man auch noch die leichte arbeit an machen ich glaube ich leichte arbeit noch vor dem schmeldingseffekt an schoss bei 490 hanschot tief bei 98 tempo möglichkeit sind wir bei 490 stellungspiel bei 490 schusserholung bei 96 und aggressivität ist bei 68 an sich eine gute karte wir haben es vorhin schon im stream durchgekaut der hält auch nicht besser da waren teilweise leute dabei wir haben 78 goalies im tor das ist halt einfach ich würde niemals ein spieler mich sagen wir kommen noch zu den collectibles kosten dann nachher noch über collectibles bauen von dem her aber hier haben wir zumindest connor herberg dann unser links schießender verteidiger ist der von uns der coolen news von dem mannkau wir kennen das für uns eben recht recht der verteidiger 1 78 groß 82 kilo auch hier sämtliche synergien dreimal vertreten tube verteidiger defensiver vollstrecke oder oder offensive verteidiger dazu tempo defensiv beschleuniger oder schussboost und checking spielerbauer flinke will ist boost wir als superstar fähigkeiten die silbernen kreisel präziser pass alles abschütteln donnerschlag schneller pick und ist goldene außer korne vorbild 99 bestellung und 90 tempos heißt getting's nur die brauchen wir gar nicht von der ausdauern sind wir bei 290 bewege ich jetzt bei 99 schuss im mittleren 90er bereich hände im herzen fast perfekt außer die handaugenkondition okay kriegt man bestimmt auch mit irgendwelchen synergien noch hoch auf 99 zumindest fast volle stecken ist bei 90 widerspeaker bei 290 dem sie wussten bei 97 an sich auch eine klasse klasse verteidiger gerade was mir wirklich noch fehlt ist wirklich so shut down wildheit irgend sowas ich meine alles abschütteln ist nice ist aber halt nur wirksam wenn er gecheckt wird er soll ja eigentlich der verteidiger seine die checks fährt kreisel kann man ja immer an machen noch für silbernen schneller pick ist er mir fast ein tick zu klein also leichte abtörner was die was die fähigkeiten ja angeht der zweite verteidiger ist der 96 karl mackgaffmann der avalanche linker verteidiger ins 80 groß 85 kilo auch hier jeweils tue verteidiger defensiver verteidiger verstrecker oder offensive verteidiger dazu man auch defensiv flinke list beschlossiger oder tempo boost und checking spielaufbau oder schuss boost so was für fähigkeiten mal die räder schläger hochsteller pick wärmesuche und goldenes shutdown deswegen eben allein wegen dieser fähigkeit steht ja für mich so ich sag mal eine stufe über queen news auch die goldenen kreise sind nice allerdings von 9 für acht fähigkeiten punkte dann doch recht teuer auch er beschleunig ist bei 99 tempo ist bei 99 der schuss auch mittel 90er bereich händler ist auch fast perfekt wie bei wie bei beim kollegen kunius davor schon und stecken ist bei 89 widerspiegel bei 90 und defensiv ist bei bei 99 das was natürlich nice ist hier mit den vollstrecker verteidiger ankriegt dann geht sowohl das tempo als auch das body checken hoch und man braucht es nur dreimal das heißt allein mit dieser fähigkeit gleich wie bei queen news auch kann man es mit sich selber aktivieren heißt da natürlich noch mal einen deutlichen vorteil kommen wir zu unserem rechten flügelspieler ist der 96 nikita kutschloff vom tempel bei lightning 1 80 groß 82 kilo spielmachner angreifer power forward tue angreifer oder scharfschütze dazu defensiv linker ist beschleuniger tempo boost und checking spielaufbau oder schuss boost von den fähigkeiten mal urgewalt schnapp schnapp am faden präzter pass goldenes trickreich und gold es ist trickreich und goldene kreisel wird sie wahrscheinlich lange wenn man mit mit urgewalt geht kann ich auch noch schnapp schnapp dazu an machen der rest kann man sich schon fast sparen elixat kreisel eine option hier aber wie gesagt kostet dann doch einiges an punkten im simon sie beschleunigung 96 tempo heißt mit mit synergieren kommen entweder auf 99 auf 99 beschleunigung oder alternativ eben auf 98 tempos da auch ich sage mal wenn der 98 ist dann ist es auch bei 99 schluss ist fast perfekt beziehungsweise von der präzion ist sogar perfekt wenn man die synergie dementsprechend macht kommen auch noch von der und der kraft und von der genauigkeit auf 99 hände bei 99 boyging ist bei 86 wie es bei 86 wenn sie wusste hat bei 95 und face of reading bei 71 das heißt keinerlei center option dann haben wir ebenfalls meine avalanche den 96 genähten mckinnon auch hier center oder linker flügel option 1 83 groß 91 kilo scharfschütze power forward tube angreifer oder spielmachender angreifer defensiv linker list beschleuniger oder tempo boost und checking spielaufbau oder schuss boost zu was da fähigkeiten kreisel und schnapp schnapp am faden räder und die goldene uhrgewalt 99 tempos ausdauer sind wir bei 90 da kann man die menschen auch mit synergien und beschleuniger boost an macht und dazu noch den checking boost an macht kriegt man es auch noch hoch schluss immer mittler 90 bereich auch damit dementsprechend synergien kann man noch bis zu perfekt hoch kriegen händler sind fast perfekt außer die king ja gut kriegt man auch hoch und stecken ist bei 89 89 widersinnungsfähigkeit und 2 und sie haben face off da ihr könnt ihr mal mit tube angreifer gehen und mehr mit hammer haben wir hier kein wort doch mit defensiv boost gehen dann können wir das feder ring auch so richtung annähernd perfekt hoch bringen und dann ziemlich die identische karte auf der anderen seite mit dem 96 connor mcdavid auch hier center oder rechter flügel spieler option 1 85 groß 87 kilo spielmachender angreifer power forward tube angreifer oder scharfschütze defensiv flinke lässt beschleuniger tempoboost jeweils natürlich auch alles dreimal zu checken spielaufbau oder den schussboost sowas darf ich keine mal schnapp schnapp kreisel auf die knöchel alles abschütteln silberne räder und die goldene ugewalt ok 99 beschleuniger und die tempoausdauer bei 90 die schusspräziger ist bei 98 und 99 auch hier kann man mit der kraft dann auch mit entsprechenden synergien noch perfekt hochkommen hände von hause perfekt body checking ist bei 86 widers 4 bei 88 defensiv boost dann bei 98 und fahrrading sind wir hier bei 93 1 mehr bei mckinnon und da auch mit defensiv boost oder und tube eingreifer kommen wir das hier auch richtung perfekt ran schauen wir uns erstmal die ganzen sets zu den ich sag mal meister helden zu den meister team of the season spieler an bevor man dann auf die anderen eingehen da haben wir einmal hier die first der first team national team das saison setzt aber mehrere möglichkeiten am nächsten mckinnon kann man für 40 von den team of the season collectors einfach bauen aber direkt die die karte hoch ein kollektor kostet so viel wie ein power-up kollektor das so kann man ganz gut umrechnen was jetzt ganz neu ist allerdings ist dass man jetzt auch 91 karten eintauschen kann dafür gibt es 6 team of the season collectors und auch ein profis pack ist gleich will natürlich den dementsprechend auch für die power-up kollektivist also ein 91er sind dementsprechend sechs power-up kollektivist heißt entweder 40 40 von den team of the season kollektivist und nate mckinnon zu bauen wenn ihr die team of the year karte von ihm schafft können wir dieses set jetzt so machen da kommen die team of the team of the year karte rein und wir kommen die karte zweimal zurück das heißt wir bekommen dann sowohl die team of the season als auch die team of the year karte von ihm zurück das gleiche system aber auch bei allen anderen spielern die hier im team of the season vertreten sind also auch bei color mac david bekommen die karte zweimal zurück genauso wie bei karl mckar wenn er die team of the year karte bekommt ihr beide karten zurück also team of the year und team of the season um nikita kuchow zu bauen da haben wir auch mal aufgepasst die sets für 40 kollektivist sind zeitlich begrenzt also wir haben ja das donnerstag gehabt zumindest war es anfang vom von meinem stream noch donnerstag das ganze zeitlich befristet bis freitag nächste woche da kommt dann der nächste schwung diese tausch tausch sets sind nicht zeitlich begrenzt man kann sich die karte oder nachbauen da wenn ihr den 93 elites nikita kuchow habt könnt ihr mit braucht ihr nur 19 von den team of the season kollektivist um euch die team of the season karte zu machen und nachdem man den den 84 elite nikita kuchow immer noch nachträglich bauen kann das ist gerade für leute die muss nicht diese 40 kollektivist zusammenbringen und ihn noch im nachgang irgendwann bauen wollen habt ihr jederzeit die möglichkeit die kosten sind identisch können wir uns mal kurz anschauen dann geht es hier genau um diese karte also wenn ihr den für fünf von den elites kollektivist können wir den 84 nikita kuchow machen 4 1 84 gibt euch viel kollektivist dann müssen wir eins macht man hat eben die 480er basis karte den können für 21 power up kollektivist upgrade zu dieser 93 version und den daneben von 19 von denen team aus hießen kollektivist nehmen auch tauschen zur team of the season karte von den kosten 21 plus 19 sind auch 40 also das nimmt sich preisig nix macht natürlich für die für die leute sind jetzt die karte auf 93 haben die brauchen die menschen nur weniger aber jetzt sagt ihr wollt den bauern habt aber noch noch nicht die auch nicht die basis elite karten von ihm sind so oder so 40 kollektivist egal wie er sie noch her schiebt das macht keinen großen unterschied und nicht wundern das hat gibt es jetzt zweimal ich bin letztes jahr auch drauf reingefallen wenn man die karten genau anschaut diese karte eben oben dieses ja dieses halte verbots zeichen das heißt diese untauschbar das andere set ist dann dementsprechend für die tauschbare karte da oben im eck nix alles die tauschbare karte das ist der einzige unterschied zwischen diesen beiden sets conor mcdavid auch hier 40 kollektivist die kosten alle gleich um die karte von null aufzubauen wenn ihr die team of the year hat habe ich schon gesagt daneben den 1 zu 1 tausch beziehungsweise 1 zu 2 tausch und wenn auch die x-faktor karte also wer gerade erst eingestiegen ist nach team of the year hatte die möglichkeit die x-faktor karte aus 96 abzugraden und da brauchte noch lächerliche vier collectibles um die karte eben auf team of the season zu bekommen bei queen use haben wir sogar ein paar optionen einmal auch komplett für 40 kollektivist zu bauen dann wird dann seine x-faktor dieser 95 bringen wo sie glaube ich sogar schon so will ich weiß schon war und dann brauchte noch 8 team of the season kollektivist und euch gehört auch der team of the season news und wer noch seine 86 prototype karte besitzt kann die mit weiteren 37 collectibles upgraden zur team of the season variante auch hier gibt es zwei sets eins für tauschbar untauschbar ist der erstmal die 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 es wenn man sich 86 noch bauen würde muss man die aus mit power collectibles upgraden das heißt da zahlt man ein bisschen drauf also kann man nach genau machen ist sicherlich nicht schlecht aber wie gesagt wenn man sich noch mal neu bauen würde oder den haben möchte wäre es aktuell billiger eben den direkt über die 40 kollektivist zu zahlen zu machen und sonst nicht sonst zahlt man nur drauf okay auch drei optionen einmal für 40 direkt machen der tausch von team of the year zu team of the season und team of the year und auch hier die x-faktor auch von auf 96 und dann mit vier von den kollektivist einzigen weg wo es wo es bei connor helleberg in den kamen direkt bauen hat er nur diese acht tage zeit um den für 40 kollektivist abzubreden danach kann man ihn nie wieder oder zu bauen danach kann man nie wieder bauen heißt die heißt zusammengefasst helleberg und mcdavid verschwinden danach mehr oder weniger werden werden man kutschloff mcdavid über dann die über dann die x-faktor sowieso queen news über die prototype karte und auch kämmer kann man wie extra nachgang auch bauen also das sind die wo dann noch weiterhin verfügbar ist und habe ich gesagt helleberg und nathan mckinnon werden danach hier komplett verschwinden aber wir haben noch weitere team of the season karten da haben wir einmal von den nicht mehr von der indien sondern von der hc haben wir den 92 johansson ein goalie mit 183 und 90 kilo dazu defensiver verteidiger vollstrecker verteidiger tube angreifer oder vollstrecker stürmer da hätten wir jetzt auch dreimal vollstrecker stürmer was ihn eigentlich zum optimalen backup macht defensiv boost flinke löst beschleuniger oder tempo boost tempo ist zweimal die defensiv war es okay dazu noch checking spielerborder schuss boost zu wasser fähigkeiten showstopper forst zu forsten schmeldingseffekt schwamm extra polstern die goldene leichte arbeit ja ist halt 1 3 9 3 83 groß muss sein problem ein bisschen der handschuh ist bei 490 hanschuh tief bei 92 wissen tempo bewegt aber 99 jeweils stellungsspiel bei 91 sondern bei 91 59 aggressivität also an sich super fähigkeiten super super werte aber wie gesagt nur 1 83 dann schon schwierig aus kanada die 92 natalie spooner linke flügelspielerin 1 78 groß und 82 kilo mit scharfschütze vollstrecker stürmer spiel machen angreifer oder power forward wenn sie flinke löst beschleuniger tempoboost und checking spielerborder schuss boost von den superstar fäger noch mal urgewalt kreisel schnapp schnapp am faden präziser pass und goldenes als abschütteln was hier schon bei den körpermaß eigentlich fast pflicht ist so unsere beschleunung 91 tempos heißt es nicht wirklich elite schnell kann man hier mit tempoboost gehen kann man ja auch mit dem vollstrecker stürmer gehen dazu einen schuss präzion von 92 91 von der kraft nur bei 86 85 klar mit kann man noch hochkriegen aber auch nicht in den hohen 90 bereich rein hände auch niedrigen bis mittler 90 bereich für und sich body checken 97 widerstandsfähigkeit 95 defensivus und 2 und sie haben phase oder da können wir sogar theoretisch da das fehler noch hochkriegen können wir es am sender spielen lassen also wäre eine option noch diese karte kann man sich bauen bzw auch im nachgang auch bauen die mir ihre 86er headliners karte eintausch für 37 weitere von den team oder season collectibles die frage die man sich halt stellen muss es wann steigen diese karten mal es gibt die anderen auch ich sagte noch etwas dazu aber gerade bei natalie spooner ist halt schwer zu sagen ob da die karte noch steigt bei las johans sondern das so ließen die folge ist aktuell im viertelfinale steht zwei zu zwei gegen lextern also es kann sein dass der in zwei spielen raus ist dann kommen wahrscheinlich außer vielleicht das kommt so ein charity upgrade heißt dass er noch irgendein upgrade kommt dann könnte noch was kommen theoretisch wenn sie meister werden wird auf jeden fall was kommen aber da ist halt aktuell komplett in der schwebe ob da überhaupt noch was kommt das gleiche kann auch wo die beiden teamkollegen es haben eine kuh und ola palf sagen die beide bei elf spielen in finland die serie liegt die die also hilft die gerade die serie mit 13 also auch da kann es am heutigen freitag jetzt schon vorbei sein was sie was das ganze angeht also da könnte auch gar nichts mehr kommen dann schauen wir uns mal die karten an also ola palf ist ein center 183 groß 380 kilo mit scharfschlöße power forward angreifer das spielmachende angreifer dazu defensiv linker ist beschleuniger tempoboost und checking spielaufbau oder schussbusst sowas natürlich keiner mal kreisel schnapp schnapp am faden pritz der pass kein wettkampf und die goldene ugewalt sondern sie beschleunigungswohnung tempo 88 ausdauer ja okay wir können im tempo noch hoch gehen auf 490 haben wir noch den nein haben wir nicht also dafür und sie ist am ende von der schutzkraftzimmer bei 96 jeweils genau bei 90 hände im stück bei 90 außer dass die king ist bei 93 bei 93 wie bei 98 90 am facebook da könnte man auch mit mit seiner gehen die menschen ein bisschen hoch kriegen aber ich sagt wenn da morgen die saison für die vorbei ist dann kommt da halt gar nichts mehr für sie mini q ein linker fanden ja ein rechter verteidiger 1 80 groß 88 kilo mit offensiv verteidiger defensiver verteidiger vollstrecker verteidiger oder tube verteidiger dazu defensiv linker ist beschleuniger tempoboost und checking spielaufbau oder schussbusst sowas der fähigkeiten schläger hoch schneller pick sehen das auge präziser pass rückwärts gang und goldene kreisel wird mir auch komplett irgendeine checking fähigkeit wie wildheit oder eben shut down 90 90 tempo auch da nicht wirklich elite wenn man bedenken sind 2 und gerade kommen wir klar mit tempoboost hier auf 92 hoch würde ich wahrscheinlich ein beschleuniger boost gehen auch hier kein vollstrecker steuer verteidiger kann immer noch gehen dass ein ganzes noch ein bisschen hoch geht schuss gerade bei 96 98 bei der genauigkeit zum 1 bei 85 und 86 hände hände im mittleren 80er bis mittleren 90er bereich bei 95 bis 96 91 defensiv bewusst sein ja da gibt es durchaus bessere karton x hat keine garantie dass da überhaupt noch was kommt bei oscar lindberger von skellefte er könnte noch was kommen die sind schon im halbfinale warten aktuell noch auf dem gegner ob es dann eben früh lunde zum beispiel wird 92 center 182 groß 88 kilo mit scharfschütze power forward tue angreifer oder spielmachender angreifer defensiv linker ist beschleuniger tempoboost und natürlich auch spielaufbau schuss oder checking boost sowas der fähigkeiten kreisel nahkampf grabsch ganz allein wonky und der goldene präzise pass oh mein gott 90 90 tempo 87 ausdauerschuss im mittleren 90er bereich hände mittleren 90 bereich bei 91 bis bald bei bei 94 und 89 besser berlin für den center der aber auch nicht besonders schnell ist also muss man doch was denn da gehen das heißt man muss hier eigentlich theoretisch tube angreifer und defensiv boost gehen geht aber das geld hoch also auch da mehr ein trostpreis und als letztes aber den vier uns gasami war kann dann auch von servet genfer linker verteidiger 1 78 groß 84 kilo und mit two way defensiver vollstrecker oder offensive verteidiger tempo defensiv beschleuniger oder checking boost und spielaufbau schuss oder flinke will es boost sowas der fähigkeiten shutdown kreisel schneller pick schick schon wonky und die goldene wärmesuche hat so beschleuniger und 92 tempo heißt hier könnte man auch wieder gehen mit vollstrecker verteidiger plus dann noch mal den beschleuniger boost von der schusskraft bei 99 98 die genauer cast bei 90 hände auch im mittleren 90 bereich politischen bei 96 videos viel bei 85 der wenn sie muss man es mal bei 91 an sich eine gute karte ich würde ja shut down und wahrscheinlich schneller pick und kreisel aktivieren aber es hat nur 178 groß hat hat keine 99 beschleuniger und tempo wie es der gleich große cool news zum beispiel hat diesen karte nur plus drei hoch ist da ist problem oder sehr problem eigentlich schon dass das herr wird games war die die champions hockey league gewonnen hat allerdings nicht in den play-offs war zumindest habe ich mir das sagen lassen dass sie nicht in den schweizer play-offs waren von dem er hier auch eigentlich kein grund dass dann auch eine karte kommen könnte das ist halt so könnte auch sein dass der vielleicht noch 96 steigt aber dann wird es auch schon schluss sein auch da kriegt er keinen 99 skaten mehr her und der einzige weg den ich auch nicht verstehe warum man den machen sollte es eben über dieses random wieg 1 tots players das heißt da gibt er 32 collectibles ab und bekommt man random einen von den letzten spiel ich vorgelesen aber so ganz ehrlich wenn ihr wenn ihr 32 collectibles hat schaut dass sie die letzten acht noch macht um dann eben dementsprechend mckinnon mcdavid oder kutschow oder einen von den anderen zu bauen und nicht auf irgendeinem hängen zu bleiben der möglicherweise bei 92 ist und einfach da bleibt und nichts mehr tut berechnen wir mal noch ab was drumherum gibt dem einmal noch gut moments allerdings habe ich da keinerlei möglichkeit gesehen an so ein kollektor zu kommen also wir haben einmal mini pack dann haben wir noch mal mini pack prime pack mini pack premium pack und auch mal ein premium pack aus hier gibt es keinerlei von den team of the season collectibles der hut rush läuft doch einen tag da denke ich mir aber auch dass dann am schluss zumindest mindestens eins wenn es sogar mehrere ich denke was drei wahrscheinlich war es beim team auch noch ein kollektor kommen würden ziele gibt es ein paar auch team of the season ziele absolviere zehn spiele gibt es münzen dann für 250 checks mit einem beliebigen profi gibt es münzen ganze geht aber auch nur sieben tage also wird schon alles schwierig dazu 250 snapshots 20 schüsse blocken 75 es ist spiel mit irgendeinem spieler 50 tore erzielen 50 spieler in rival sucht mit einem mit mehr basis objekten also von basisspielern lagern muss sich ein backup goalie reinstellen können sie auch nummer eins goalie reinstellen aber dann wird schon der eng wenn man alles abgeschlossen hat gibt es noch drei gibt es drei von den events haben objekt also im endeffekt einen wert von drei porten also um die ja ich sag mal 40 bis 60.000 münzen was man jetzt an wert hier rauskriegt bloß natürlich noch die münzen die man hier aus den aufgaben erzielt also auf jeden fall interessanter weg der hier gegangen wird nicht mehr dieses wir haben young stars und europa nordamerika sondern wirklich so das erste team of the season ein letztes jahr die letzten jahre haben immer volle lineups hat immer 20 spiele nach kann man noch zu zwei bis drei nach deswegen sage ich mir steht hat mal ab mal 22 spieler pro pro young stars europa und amerika jetzt nur zwölf ich denke fast dass da im lauf der woche noch mehr karten kommen auch mehrere tauschoptionen wir haben so viele spieler die eigentlich da in frage kommen mal die endestell top scorer angucken von von matthews reiser natürlich passt danach auch ein sam reinhardt und heimann könnte man dabei ist das eigentlich viele spieler die man da in betracht ziehen können ich denke dass nach und nach noch noch welche welche nachkommen glaube ich auch denke dass man alle restlichen team of the year karten noch eintauschen kann jetzt kommen die große frage was ist besser team of the year team of the season karten vom layout ich finde finde beides geil ich finde wirklich das team bedenkliche letzte dieses dieses grottige münz design da finde ich das ist ja richtig geil mit dem team aus diesen karten von den werten natürlich beide karten gleich auch von den von den synergien sind beide karten gleich das heißt der einzige unterschied wirklich mal haben es jetzt hier in dem fall von nathen mckinn haben wir hier goldene räder und silberne urgewalt bei der anderen karte ist genau umgekehrt dass der einzige große unterschied die karte noch puck am faden dazu noch werden die team of the year noch silberne auf die knöchel hat oder das ist oder der einzige unterschied zwischen beiden karten ich sage ich also ich wäre es bald alle auf 99 beschleunung und tempos sein werden glaube ich habe die hat die goldene urgewalt ein bisschen mehr wert als die goldenen räder aber wie soll es von jedem ansicht sache bei mck ist das ding eigentlich ziemlich eindeutig auch hier die gleichen synergien von den fähigkeiten haben hier kreisel räder schläger hoch schneller pick und die goldene wärmesuche die team of the season karte bringt den schnellen pick mit und eben die silberne urgewalt hat für mich ein bisschen mehr wert als die anderen fähigkeiten auch goldene kreisel könnte mir aktivieren wenn wir lieber als eben der die die goldene goldene wärmesuche und eben keinerlei stadt und deswegen hat mich diese karte mehr wert als die team of the year bei conor mcdavid fast ähnlich wie bei nathen mckinn auch ist hier die die goldene räder und die silberne urgewalt getauscht indem er eben goldene urgewalt und silberne räder haben der vorteil von der team of the season karte finde ich dieses alles abschütteln noch das macht doch also ich finde es beim beim anerbis aktiviert finde ich es echt brauchbar von dem er hat die auch diese karte leichten mehrwert im gegensatz zur team of the year und abschließend machen eine spontane rangliste also klar im letzten platz wie immer für mich der goalie mit coller helle park danach haben wir news als nächstes kommt für mich kei makabe ich soll es vor news aufgrund der silberne urgewalt dann nikita kutroff dann bin ich bei nathen mckinn und platz eins eben auch die auch nur der einzige grund ist wirklich dieses alles abschütteln das ist der einzige grund warum der jetzt hat vor nathen mckinn ist und das wäre so meine spontane reihenfolge schon mal der form halber noch in den store an einmal haben wir hier eine jumbo event sammelobjekt packt für zehn von den kollektoren sich so die brauchte wenn er gerade von null aufbaut brauchte 40 dann gibt es gleich noch mit drei kollektor wird dann mal eins mit ein kollektor für 30.000 münzen dann haben wir ein team das team team der saison choice pack wählen fünf rund 15 beruf mit einer höheren chance und belastung dieser höheren chance nicht nicht die chance hier einzuziehen sei es von den höheren ist 1,8 prozent wahrscheinlich hat das pack normal 1,4 prozent die höhere chancen eben diese 0,4 prozent mehr deswegen ist die chance insgesamt trotzdem über 1,8 prozent also lasst du nicht von irren lasst die finger bitte von solchen packs und ja wenn wenn überhaupt dann diese jumbo lead pad mega profi pack das sind dann so sachen was ich überhaupt hier kaufen oder wenn überhaupt ich hatte meine belohnen aufgehoben habe so zumindest den 92er jake oettinger und den community request hall gill gezogen und gerade mit hinblick auf die zu auf die nächste woche oder wenn alle weitere karten rauskommen ihr braucht keiner der schlechtes gewissen haben wenn der eine von beiden wieder für einer set packt und euch dafür sechs von den team of the season collectibles holt beziehungsweise bloß noch ein probis pack dazu kann ja eh nur einer spielen von beiden damit sind wir auch am ende von heute wieder angelangt wie gesagt bin gespannt wie es da weitergeht wenn wir mal die tage mal beobachten dann sehen wir uns bald wieder mal drängen sauber bleiben schöne ost und euch ciao